Die neue Freundin von mir, Fabian. Mein Flieger ist am Ende und ich mache was kurzes. Ich bin auf Mehrspieler-Modus, sonst hätte ich war erst mein eine Freund, habe die Explosion gemacht. Und das ist hier mein Fliegerzettel. Ich hatte die Schallplatte, die war schon lecker weggemacht. Aber da kam es irgendwie nicht. Hier ist mein Fliegerzettel. Und ich habe meinen Freund auch etwas gesprengt. Hier war meine allergrößte Explosion, ein LKB war mal in die Luft gegangen. Und jetzt mein Panzer zu innen. Der war so ein bisschen ein Karmando-Team-Panzer. Wurde ein bisschen kaputt gegangen. Und ich jetzt nicht. Hm, weiter. Ja. Und jetzt Hier wird ein Panzer, da wird das Maschinengewehr gefeuert, da wird hier die große abgefeuert und ich will noch schnell das kleine Maschinengewehr bauen. Hier wird das Maschinengewehr gefeuert, da wird das Maschinengewehr gefeuert. Hier wird das Maschinengewehr gefeuert, da wird das Maschinengewehr gefeuert, da wird das Maschinengewehr gefeuert. Und jetzt Ich habe das Maschinengewehr gefeuert, da wird das Maschinengewehr gefeuert. Ich habe das Maschinengewehr gefeuert. Ich habe das Maschinengewehr gefeuert, da wird das Maschinengewehr gefeuert. Hier war ein Schnellfeuerschuss, hier war die Tür, hier vorne waren die Schnellfeuerschuss. Und da war der Arterseende, ich wollte mal springen, selber in die Luft gegangen. Und da war man ein großer, ich wollte ihn über Decke nur. Und das hat mal ein Freund gemacht. Und hier noch ein bisschen übrig, kann uns das alles daheim verstecken. Und hier habe ich auch eins. Meins war hier so und da war mein Freund hier. So und da war noch so mein Freund, der immer was abbaut. Und da war mein Freund, der immer was abbaut. Und da war mein Freund. Ich wollte nicht, die ist da. Hier ist von ihm was. Da kann man so der selbst sein. Nein! Und jetzt auch wieder die Panzerwerte weit herbauen. Da kann bestimmt manche Panzerwerte mit so einem Zug transportieren. und so ein Jahr haben gebaut. Und heute bei meiner Schule, habe ich gerade einer der, mit denen wir auf unseren Pausenhof gepinkelt. Das ist süß. Das ist süß. Manchmal ist es auch ein Freund. Der kann mitspielen. Frisch. Leuchtig. Hallo? 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 Wie? Ja, hier. Ja, hier ist kein Freund. Mal gehen, Weil lass den so in und in und auch mal, da ist wieder was gefehlt, wie die Betrugschauert. Und jetzt ab hier schon, wie der fickt das. Hallo? Und der darfst oben in der Dusche. Okay. Tschüss. Alles noch. Alles noch. Alles noch. Spongebob. Im Haus. Alles noch. Und ich muss es... ... 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